Jo, mein Lieben, ich hab 3, 2, 5 gesagt. Ja, du hast 3, 2, 5. Jo, meine Lieben, Freunde. Ich wollte 3, 2, 1 sagen, hab aber 3, 2, 5 anscheinend gesagt. Alles klar. Jo, meine Lieben, Freunde, ihr seht, die Axt ist kaputt. Ich hab ein Stack und zwei Wacker gefarmt. Geil. Holz oder was? Ja. Ich hab auch gleich zwei Stacks gefarmt. Ich hab aber ein Stack und zwei Blöcke. Ich hab ein Stack und 24 Blöcke. Und hier sind fucking viele Kürbisse. Muss ich die mitnehmen? Ja. Ja, bitte. Eigentlich nicht, aber ja, bitte. Meinen, haben die nicht mal, sag, sag mal nicht, dass Kürbisse... Das ist das seltenste, ja, keine Ahnung, wer das gesagt hat, aber auf jeden Fall, fick dich in den Arsch, das stimmt nicht. Wenn du mal denkst, so Diamanten, okay, weiß ich eigentlich. Die Kürbisse haben wir gleich schon eine Farm, Diamanten kann man nicht farmen. Ja, das stimmt. Oder kann man schon farmen, aber kann man keine Farben anbauen, das wäre echt schön. Fuck, meine Eisenspitze, äh, meine Eisenachse ist kaputt. Und meine auch, ja. Deswegen hab ich auch so wenig Blöcke. So, da geht's weiter. Ich find das verwirklich, man kann jetzt so... Ja, man kann jetzt so sein Boot so parken wie so ein Outway oder die Cruiser-Style. Ich glaub, das geht doch nicht kaputt, wenn du irgendwo gegenfährst. Nein, das werd ich nicht ausprobieren. Die kosten doch nicht viel, gar nicht. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Mach ich den, na, ich komm nicht mal hier hin. Hä? Ich hol mir erstmal kurz neuer Axt. Ach man, ich kann gar nicht angeln. Hab ich keine Sticks mehr? Ha, geht doch. Hab wirklich keine Sticks mehr gehabt. Also, hat mir erstmal ne neue Axt gemacht. Muss ich noch hier oben... Oh, Leute. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 5. Alles klar. 3, 2, 5. Warum? Egal. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ah, ein Hörer kann das eigentlich noch. Komm schon, Fischi ist Gott. Du musst einen Fisch-Song singen. Dann kommen sie. Sie kommen schon. Oh, leider, jetzt... Herr Lose, kommen wir das Haus voll schnell abschließen. So, no, 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 und zu. Das ist eigentlich für gut. Vor allem, wenn man das schaffen würde, dass auf einen Knopfdruck, ohne kommende Blocks, alles abgeht, das schafft man nicht. Boah, Junge, ich bin perfekt an den Rand gedriftet und ausgestiegen. Bist du schon wieder hier? Nein, ich bin gerade auf einer anderen Insel. Guckt mal hier, sowas hier. Das sind die Zombies, das macht ein bisschen... Ja, Nick. Ja, Nick. Ja, Nick. Ja, Nick. Liebst du noch? Ja, ich lebe noch. Was ist passiert? Ja, was wohl? Schon wieder einfach abgestürzt. Ja. Hoffentlich kommt jetzt nicht die Phase, wo du es immer ständig abstürzt. So, wenn man starten, Abschluss, starten, Abschluss. Du musst doch in 1.9 auch noch die Rammespräche einstellen. Hab ich schon. Sicher? Ja. Du hast nämlich nur auf der OptiPay-Vision eingestellt, glaube ich. Nein, ich hab... Oh nein, diese Phase kommt wieder. Guck das nochmal, ob du es wirklich eingestellt hast. Ich gucke hier nochmal. New Add-Profile. Das steht hier. XMX 8G. Mach mehr. Mach zum Bisschen. Das Problem war, Nick, sein PC stürzt einfach immer ab. Also nicht sein PC, sondern sein... Nein, das war ein Pusschen. Sein Minecraft stürzt immer ab. Aber richtig abgefuckt. Okay. Es geht immer so für 20 Minuten und dann... Tschüss. Kein Bock mehr. Eigentlich ein guter Timer. Aber... Egal. Ja, ja. Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Ja, der Konzert-PC-Problem. Es ist wirklich so. Es ist vor allem nur Minecraft. Alles andere funktioniert einwandfrei. Es ist locker die Java-Plattform. Es ist... Es kann nichts anderes sein. Gestern... Du weißt selber, als wir... Ähm... Wie heißt das? Direwolf gespielt haben. Selbst da. Das liegt... Guck, da hatte ich auch keine Probleme mit Minecraft oder sowas. Und kaum spiele ich hier wieder in einer Vanilla-Minecraft. Ja, ne. Nur Probleme. Direwolf läuft auch über Java. Ja, aber warum schützt das nicht ab? Ich hab keine Ahnung. Das ist es ja... Ach, man. Hätten wir bloß noch ein paar mehr Abonnenten. Weißt du, können wir so... Schreibt den Kommentaren, wo das liegt. Und dann... Problem gelöst. Aber die, die jetzt zuschauen, die können das auch nur so verteilen. So, ey, guck mal, was für... Cold Krippung. Falls irgendjemand von euch da draußen weiß, was das ist oder woran das liegen könnte, schreibt es in die Kommentare. Und falls jemand anderes weiß oder sich gut aufkennt damit, frag den und schreibt es dann in die Kommentare. Denn Yannick hat ein sehr großes Problem mit seinem PC. Mit Minecraft, nicht mit dem PC. Nicht mit dem PC. Oh, Mann, wo war ich jetzt? Scheiße. Wo hast du keinen Waypoint gesetzt, aber... Nee. Da war ihr. Was? Ich spiele gerade so eine Singleplay... Singleplay, ja. Singleplayer-Welt in... In Minecraft Infinity. Das macht so Spaß, ne? Fuck, war ich mein... Ich weiß nicht, warum, aber ich mag Infinity gar nicht. Warum? Das ist irgendwie genau wie Direwolf. Ich hab Pferd, ich hab... Ich hab'n Ferrari! Ja? Ich hab'n Ferrari. Du hast'n gutes Pferd, oder was? Ja. Alles klar. Ich weiß jetzt zumindest, wo wir hier sind. Oh, eine Spinne. Oh, oh, zwei Spinnen. Oh, 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 oh. Ich hab' einen Felskuh. Eskalation. Oh mein Gott. Schnell ins Boot. Schnell ins Boot. Creepers. Creepers. Ach, das war ja genau da. Los geht's! Los geht's! Puh! Wo hab' ich auf einmal diese Kuh? Achso, ja genau. Schnell ins Boot. Shit, jetzt muss ich ein bisschen mit dem weiter bauen. Du hast doch Birkenholz gefarmt, ne? Mhm. Perfekt. Genau das brauch' ich nämlich jetzt. Ander-Type-Stacks. Oh, ich liebe dich. Also nicht so. Nice. Okay. Ah klar. Ja. Eigentlich müssten wir auch mal so eine Hexe-Welt einfach mal so aufnehmen. Ja, witzig. Man hat ja keinen Server, deswegen. Naja, öffentlicher Server würde glaub' ich da in dem Fall auch gehen. Ob es überhaupt welche gibt. Scheiße. Naja, ist auch umso spannender. Wegen den Basis. Okay, es gibt keine MESIS hier und sowas. So Hexed ist eher so auf Fantasy ausgelegt. Das ist aber auch geil. Weißt du, irgend... Ich find' ein Mod-Pack muss immer irgendwas richtig Spezielles haben und damit es geil ist. Zum Beispiel Tri-Duty-Waffen und so, weißt du? Dass du denkst du, boah nice, das hat... Warum nehmen wir das eigentlich nicht mal auf? Das... Naja, okay, Leute. Ja, das waren ja noch nicht alle, die ich ausges- äh, die wir da hatten. Egal, egal, das besprechen wir mal. Das waren die... Nicht in der Aufnahme. Ja, okay, stimmt. Falls ihr einen guten Trident-Server habt, schreibt's in den Kommentaren. So, und jetzt brauche ich hier zwei, drei davon weg. Ich hab' zwei Puffis. Kommst du mal wieder nach Hause, oder...? Ich fühl mich hier ganz wohl so auf dem Wasser mit meinem Cruiser, hier. Alles klar. Deine halte ich vor allem nur ne Frage. Äh... Nee, irgendwie ist das nicht so, dass wirklich, ja... Guck mal, wer da von links kommt vor den Berg. Okay. Nein, nein, morgen kommt erst mal die andere Folge, die ich noch habe, Folge 7 und dann kommt wieder die Folge. Also momentan haben wir leider nicht so viel Zeit, um aufzunehmen, weil wir viel Prüfung geben müssen. Das haben wir aber auch gesagt. Ja, da können die uns nichts mehr vorwerfen. Ey, bau mal bitte für mich so eine Booteinfahrt oder sowas. Habe ich vor, habe ich vor. Aber so eine Sticky-Picky, nicht so eine öffentliche, sondern die nur ein Block hoch ist oder zwei Blöcke, wo man dann so... Ja, habe ich... Also da, wo du... Fahr mal jetzt... Ey Leute, ich sehe dich immer noch nicht. Fahr mal hier. Und dann da rein. Guck, hier wollte ich eine bauen. Oh, das hört sich weg. Oh, warte, 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 warte. Ich kann die nicht sehen. Warte. Ist ein Block breit? Oh, ich habe Schaden gekriegt. Ich habe nicht geschlagen. Warte, nein, das ist breiter. Jetzt kannst du durchkommen. Okay, man kann ein Boote... Oh, guck mal hier unten. Guck mal. Jetzt hier. Voll geil. Nice, Garage. Guck und dann kann ich hier so... Zack. Jetzt kann ich dich mal wieder sehen. Jetzt kann ich... WTF. Kannst du mich immer noch nicht sehen? Doch, 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 doch. Und jetzt kann ich dich auch wieder... Das haben sie eigentlich voll geil gemacht mit dem Boot. Guck, jetzt kann man hier einfach so... Und dann, zack. Boah, jetzt hier ist 360. Ja. Jetzt hast du nicht gesehen. Ich habe gerade einen Block gesetzt. Guck mal. Komm, hast du Bock, ne? Ja, das müsstest du noch ein bisschen ausprobieren. Ich schloss nicht überrascht. Ich will die Gacken schauen mehr, warte mal. Rückwärts. Boah, ich... Okay, vergaß. Wir kriegen ja keinen Schaden mehr. Ist aber gut. Ich bringe mal die Blöcke schon mal in. Ich bringe die in meine Kiste da, bitte. Wo ist denn deine Kiste? Da, wo ich baue. Alles klar. Warte. Janik, du bist doch gerade mal mit dem Haus, ne? Ja. Kannst du mal zählen, wie... Wie viele Blöcke es vom Wasserspiegel aus... Bis zur... Bis zum Boden von dem Haus sind? Also wie hoch? Sechs mit dem Steinboden hier mit. Ja, gut, 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 gut. Das heißt, ich habe hier... Hast du den Wasserspiegel mitgezählt, nein, ne? Nein. Eins, zwei, drei... Oder habe ich, warte, warte... Vier, warte, ich bäume mal sechs hochzunutig. Fünf... Mein Angel ist bald kaputt. Sechs. Was? Mein Angel ist bald kaputt. Drei. Muss einer mit unendlich. Oder Glück. Oh, das wäre geil. Ja, wir brauchen dafür die erst. Sogar ziemlich viele. Warum? Dias. Ein Sauertisch? Ja, aber man kann das auch von... Äh, Typen bekommen, würde ich fast sagen. Von... Will John. Bibliothekar, der verkauft solche, die ja. Kacke, ich habe keine Spezake mehr. Ich habe keine Lust zurückzulaufen, deswegen brauche ich mich nicht... ...Crafting Bench. Haha. Die ich hier hinsetze. Haha. Und zwar sagen... Haha. Ich bin so witzig. Ich bin mir nur noch einer. Da. Äh, so. Ist es gerade dunkel? Ja. Aber es wird gerade wieder hin. Das ist der nächste Block. Ich habe die Mobs hier despawn und spawn und... Ich habe Eisen gefunden. Eisen? Das ist gut. Aber wir haben nichts mehr. Und so einen mysteriösen Gang. Oh, lol. Ist gerade ein Nubel hier drin. Da, sehr gut. Vor allem, ich habe keine Waffe. Das ist das Problem. Auf keinen Fall, würde ich hier rauskommen, wenn ich hier weiterbaue. Ich habe aber nur zwei Eisen. Also würde es für mich für einen Eisenswert reichen, was ich brauche. Ich brauche Spinnweben. Oh, perfekt. Nice. Okay, eigentlich müsste ich den hier abbauchen. Fast perfekt geschafft. Finde ich nicht schlecht. Oh, die jobst du sogar gleich. Oh, ich kann mir eine neue Leine machen. Nice. Leine? Angel. Auch wenn du nur mit einer Leine angelst, ne? Respekt. Nee. Hältiger Junge. Boah, Junge, wie schnell wächst bitte das Zügehofer. Das ist voll krank. Alles wächst richtig schnell in der 1.9. Zier, ja. 1.9 ist schon cool, irgendwie. Du hast mir das Zeug da reingelegt, ne? Ja, aber ich habe einfach kein Problem, denn wir haben keine Kohle mehr im Ofen. Ich habe da alle rausgenommen. Aber unten, sonst habe ich hier noch eine 20 bei mir noch. Egal, sonst habe ich hier noch eine andere Variante. Oh, ist das schön. So, wir machen wir das so. Äh, da muss das Beißer. Der Mond startet ganz schnell weiter. Wir müssen uns mal langsam auf die Suche nach Dias machen, weil wir müssten mal Neta und Glostern holen. Oh, Leute, ich hatte gerade so einen Bug, dass ich durch die Welt gucken konnte und auch unten ist es aus wie eine Schlucht. Und das war genau hier. Warte, warte, warte. Boah, Junge. Das ist... Okay, weiter. Bau dich einfach runter und dann sammelst du so lange... Du farms, habe ich ja gesagt, für dich kommen jetzt erstmal die Farmfolgen, bei mir kommen die Baufolgen. Also, das würde jetzt ein richtig langweiliger Part werden. Vor allem mit einer Steinspitzehacke ist das natürlich ultra spannend. Ich habe eine Schlucht. Ja, nee, ist klar. Oh, Junge. Hui. Fuck. Ich werde mal noch weiter bauen. Oh, Mann, da habe ich mich gerade. Oh, Mann. Aber hier ist irgendwie... Also, ich sehe hier... Ich sehe hier gerade einfach gerade. Wie ihr seht, sehe ich nichts. Also, nicht so viel wie gestern in der Schlucht. Das war auch nicht ein normales Minecraft, Junge. Leider. Wäre das normales Minecraft, ne? Oh, mein Gott. Oh, das wäre dezent geil. So. Ich hätte da ja auch nur ein Mundbench. Ich hätte da ja auch... Ich hätte da ja auch... nicht den Kopf das ist super das muss ja so oder so weg das ist so eine hässliche Wand und die ist hässlich ganz einfach du bist nicht so weit gerade bei uns zu Hause irgendwo ne? Doch! Ja! Kannst du noch mal kurz gucken, ob wir in den Kisten, warte ich guck kurz wie dieser Stein heißt An... bei mir ist ja Antheid Antheid, 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 Anand, Anand, Antheid ja, ich hab so gesagt, also ich hab jetzt ja, insgesamt sieben 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 wieso? sieben, ja, wieso? Wollen sie sieben Stacks, oder? Nein Wollen wir tatsächlich nur sieben? Ja Ah, ne ist klar, dann vergiss es wo kommen Knochen rein? äh, wir haben irgendwo für Mobjobs etwas Ok, gesehen, gefunden Oh, ich find bauen ist immer richtig spannend ähm, ich hab schon wieder so ein Bug, wo ich einfach komplett runterbauen kann und ich sehe die vier Stück ist es abusing, wenn wir uns da jetzt runterbauen, oder? Naja, es ist ein Fehler, also es ist grad Naja, Janik, ein Bug ist ein Fehler ja, eigentlich schon, aber ist mir jetzt egal, bau dich runter Ok Also ihr müsst wissen, wir hatten vorhin so einen übelsten Bug, aber richtig hart ja, da war echt nicht mehr witzig und zwar, ich weiß nicht, was war das eigentlich so genau? Ähm, sollte ich mir noch Fackel mitnehmen? Ups, keine Ahnung, ist dir eigentlich überlassen Wenn du denkst, ist doch vielleicht dunkel in der Höhle, wo sonst nichts ist, dann solltest du vielleicht am besten Fackel mitnehmen, ja? Aber ich hab alles in deine Tür da getan Dann muss ich mal kurz zu dir kommen Kein Ding, solange du nicht diese Treppe hier hinten siehst, die ich grad für dich baue Mit meinem Cruiser Ich will auch nen Cruiser Regnet es? Ja Fuck Warte, kommen nicht dadurch noch mehr Fische? Oh man Oh, jetzt ist das aber voll schwer zu sehen, weil jetzt diese Oh, Kacke Wie soll's fehlt mir da noch? Ah, ein bisschen was Okay, ne, jetzt ist voll scheiße Ich muss das hier weg Ich muss jetzt umplanen, weil das passt nicht Ich höre die ganze Zeit Zombies, wo, wo sind denn die? Man muss irgendwo unter mir in der Höhle sein Ja, können sogar sein Bei unter uns ist abgefuckt, vier Ich werfe gerade einfach beim Böhensystem Oh, das ist klar Nop So 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 ein schönes auch weg, das habe ich auch vergessen zu sagen ja, warum ist es weg? ja, weil ich ja, du mich getötet hast, du Buche okay, das war nur ein Eisen das war aber auch nicht so schlimm also es ist nichts, nicht so schlimm nicht so tragisch, es kostet nicht so viel okay, irgendwann falle ich runter, aber ich habe mich perfekt untergebaut, dass ich in Wasser falle oder in Lava, weil da zwei Blöcke nehmen, an war Lava ah, das ist klar oh Leute, ich sehe schon das oh mein Gott bist du in Lava oder in Lava? nö, ich habe hier noch Eisen Eisen also wenn ich hier gar nicht farme, ne? das ist gut weil vor allem Eisen brauchen wir momentan acht Eisen gut, mein junger Paderwan okay, bin da, bin da, bin da das wird gerade mal eine etwas längere Folge oh lol hier ist viel Eisen komm Lava, geh weg da, bin da, bin da, bin da da, bin da da noch eine abbauen so ich bin da ich jetzt, wenn wir sowas sind verdammt verdammt oh, scheiß Kibis ach, so kakies oh, aber da war läuft und dann hier so lang läuft und dann nach hier unten kommt und dann wiederum ja, ja, schaufel ab lass mich raus sowas ist ich hab Smaragg gefunden beide auch ein Skelett 17 Eisen hab ich bis jetzt ich hab mal noch da 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 ich höre, wenn ich eigentlich gerade 22 ja, da könnten sogar schon Diamanten sein so, eins mal reicht, hab ich schon das ist gut für die Willinger aber so ein Buch kostet meistens so 30 deswegen fahr mal schön weiter man kann aber auch so eine Willinger Farm machen und dann kann man Oh, Creeper man kann Willinger doch da hab ich so gehört fuck okay, hier zum nächsten ich nehme ein bisschen Kohle mit äh, wo, wo bist du genau gerade? direkt unter unserer Base, oder? unter der Zuckerrohr Farm, so gesagt tief tief drunter? du siehst da einfach ein Loch ja, was heißt tief? das waren keine 20 Blöcke hast du das wahrscheinlich auch die Hütte, die ich die ganze Zeit höre ja, kann sein ja, kann sein ja, kann sein ja, kann sein schon wieder keine Spitz hatten, Alter krass, krass ich habe Gold gefunden wow, so nett, wie ich das zeig ich gebe es trotzdem mit doch für Gold, aber die werden wir hier, glaube ich, nicht brauchen noch nicht stimmt, wenn wir Wither oder sowas später mal machen wollen ich habe bis jetzt 25 Eisen wo waren diese Diamanten? okay, da ist Lava gut ganz für einen und der Spinne ich weiß nicht, aber es hat irgendwas verdammt cooles in diese Höhle fährt hier so rein und dann weiß nicht, wie hoch ist man, wenn man in so einem Boot sitzt? eigentlich nur ein Block, oder? ja, ich weiß nicht, oder? anderthalb? ich gucke das mal ganz kurz guck mal, hier machen wir mal einen Test das ist ein Block okay, hier ist nur Lava ein, anderthalb, alles klar ein, anderthalb zu Info, ich habe schon 50 Eisen 50 Diamanten, ich habe schon so gehofft, so oh, alles klar boah, jetzt darf ich eigentlich eben nichts anderes mehr abhaben, weil mein Spielzeug ist schon im roten Bereich mein Problem ist immer so ein Höhlen bei so Riesenhöhlen Ausgang wieder zu finden das ist ein Block hoch dann ist ein Block hoch, das ist sehr gut da geht's runter ich darf verlangen, das Boot abzubauen du hast sogar einen Cruiser abgebaut? ich weiß gar nicht, wo der ist, nein, ich habe mir einen eigenen gebaut und welche Farber sein das ist normal, nämlich ein ich sehe, sie sind hier, aber da sind Akripa hat drin na, wenn du jetzt spielst du doch auch sagen wir es so, du siehst ja, meine ich die Gäste ab ja unbedingt, aber ich hoffe und ist das da richtig so dass man davor nicht sieht ich brauche erstmal die Kiste ich brauche mal ein Creed bei ihm um sehr gerne ähm hey Janik hast du die 29 Kohle der 1-2 wieder rausgenommen ich brauche die ja jetzt brauche ich sie auch egal dann werde ich mal Holzkohle machen ok 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 ein Creed das explodiert ich habe mich gleich geschocken aus nicht dem Holz doch muss ich geht das safe eigentlich schon oder ich hoffe mal ich hoffe mal können wir doch wieder das rein tun und komm es gern ja das könnte auch ich seh die Diamant das juckt mich ehrlich gesagt nicht ok dann kann ich ja die Bär ok wofür wollen wir die vier Diamanten ok wer weiß vielleicht sind das aber ach ich wollte gerade sagen ok da ist ein Zombie ok auch da ist ein Creeper wollte mich eigentlich komplett verarschen genau auf den Diamanten verpiste ich ok ich brauche sie ab ok es war 5 außenrum noch rum er kann sein dass außerhalb so das in dem Kreis Masern ich glaube aller höchstens vier Blöden und noch mehr sind die sind immer so verstreut soweit ich weiß zumindest war es damals so es sei die A109 da weit man ja nie so wirklich ok dann kann ich jetzt eigentlich 256 Eisen 5 Diaz also Läuft Läuft bei dir Wollen wir mal gucken wo ich hier irgendwie runtergefallen bin das sieht doch schon mal gut aus da das geht durch können schon so machen ja sie ist da hab ich nämlich super obwohl wenn man nur ein paar große Stücke damit besser und wo ich schon den in der Rede Grimta Kripo Lügelstuhl und Stärke eingestellt wo sind ich bin immer die Folge nach tschüss